Und ich darf noch mal darauf hinweisen, nicht nur Schauplatz, sondern Marktplatz leuchtet an der Dosse auf die Vermarktung der Fohlen der Gebote unserer Geschäftsführer von Langerhahn. Er ist auch mit seiner Funktelefonnummer ja im Katalog verzeichnet. Er weiß, welches Fohlenverkäufe ist und kann den Kontakt herstellen zu den Besitzern der Fohlen. Und das Ganze am heutigen Tag in Prof. 3. Von der Tinsen hier bei der Studfohle. Steniger auch bei uns in einem Jahr mit dem Fohlen dabei. Hier aus Margetina von Admiral Schalutz. Das ist also Riechenburger Schuppenstamm von Stefanie Knoos aus Moranien.